Ich kann mich selber verarschen, da brauche ich keinen Sohack. Und wenn der hier ein Thema aufbringt und dann nix geht, ja immer nur er am Brabbeln oder er irgendwas anderes am Waffen. Das mach ich nicht, das mach ich nicht. Da kann ich mich ja zu dir reinsetzen, da kann ich mir den Scheiß geben. Aber auf meinem Kanal, gut, wenn jetzt nur die beiden Bock haben, hab ich halt Pech gehabt. Dann ist hier aber für heute Abend trotzdem. Der hat ja wenigstens gar nicht erst rumgeheult im Vorraum. Das ist genau wie Hegi einfach den Moment verfehlt. Ich kann maximal einen von diesen Idioten gebrauchen. Wenn die sich alle für den Spitzentroll der aller Zeiten halten und nichts anderes können, als ihre Scheiße durchziehen, dann können sie das ja meinetwegen irgendwo anders machen. Das ist alles. Und es war heute nicht ein interessanter im Chat, der wirklich mal irgendwie Bock gehabt hätte. Ja, das waren nur diese Trottel. Ah, und jetzt ist es mir egal, ich hab einfach keinen Bock drauf. Das ist ja kein Problem, sowas läuft auf jeden Tag. Ich hab einfach keine Lust, wenn sie dann reinkommen wollen, dann sagen, bitteschön, wenn sie dann irgendein Thema, oder wenn es dann gerade mal so zu einem Thema kommt, das ist ja auch nicht ständig. Aber dann hab ich keine Lust, dass dann jeder Scheißer von denen, ob das Joe ist, Suat oder Hegi, da einfach seinen Föhn weiterfährt und die ganze Zeit nur wabababababababab und sonst nix. Bitte, bitte. Aber Interaktion No Way, hatte ich keine Lust. So war ich immer und so werde ich immer bleiben, auf meinem Kanal schon. Ey, da mach ich lieber gar nicht reden. Aber einfach nur, jeder redet, jeder redet, aber keiner hat mal, irgendwann kommt man irgendwann in die Verlegenheit, einem anderen noch mal zuzuhören. Ey, das könnte halt keiner auch hören. Ich würde einen Trottel fühlen, der sich für einen guten Troll hält. Brauch ich einfach nicht. Fertig.